Hallo, hier im dritten Video von dem Flugzeugspiel. Ich werde versuchen mir, wartet kurz, mir dieses Flugzeug hier leisten zu können. Das kostet 2.500.000. Ich habe jetzt schon 1.238.993 zusammen. Ich werde jetzt Freiflugverträge machen. Ich nehme das Segelflugzeug nicht. Mit dem verdiene ich kein Geld. Oder sehr wenig, wenn man es nicht schafft zu landen. Aber das geht mir immer kaputt beim Landen. Ich habe ihn nicht zu landen richtig. Außerdem gibt es ja nur sehr wenig Geld. Den hier, das ist das schnellste Flugzeug, das ich habe. Ziemlich schnell. Das hatte ich schon, deswegen nehme ich jetzt ein anderes. Und zwar, wo ist das denn jetzt da? Die größte Maschine, die ich bis jetzt habe. 2 in der Zitze. Also, es geht los. 2 in der Zitze. 2 in der Zitze. 3 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 in der Zitze. 4 in der Zitze. 4 in der Zitze. 5 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 in der Zitze. Das war's. Das war's für heute. Okay. 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 Das war jetzt nichts. Das war mir nichts. Ich bin jetzt nicht am Rögen. Ich bin jetzt nicht am Rögen. Ich bin jetzt nicht so glücklich. Nein, nein. Ich bin jetzt nicht am Rögen. Ich bin jetzt nicht am Rögen. Applaus, Applaus. Bis zu meinem nächsten Video bei Alexo XY. Vielen Dank fürs Ansehen. Das nächste Video wird bald kommen. Wir beenden den nächsten Video. Ich bin jetzt am Rögen. Rögen. Vielen Dank.